Gute Morgen, mein Name ist Marno Römen. Ich bin in einem Moment reingend im Ciclin-Inferieur an Maltea und ich stelle den Altea-Haut 4. Denn Ciclin-Inferieur an Maltea ist relativ klein, dass wir sowohl eine kleine Gruppe und Schüler in der Klasse, aber wir haben auch eine kleine Gruppe und Proffen, die immer die Ciclin-Inferieur betreut. Das ist der Vorteil, dass die Leute immer wissen, auf wen sie sich wenden, zum Beispiel in der Region, die dann die Schüler auch von 7 bis 5 Jahre betreut. Charakteristisch für den Altea sind zwei Projekte, da haben wir nämlich zum engen Mathe auf Deutsch. Und das funktioniert so, dass wir das selbe Programm holen, und das ist dann aber auf Deutsch gemacht. Das hat der Vorteil, dass die Schüler, die am Französisch nicht schlecht sind, eben an der Mathe dadurch keine Probleme kriegen. Weil Mathe auf Deutsch als Summe noch ein zweites Projekt, der nennt sich Francais Plus. Und am Francais Plus gehen einfach zwei Stunden mehr Französisch gemacht. Die werden dafür benutzt, für Projekte zu machen, auch in einer Firma interessante, neue Methoden zu schaffen. Wir schaffen am LTA um Ciclin-Inferieur an allen Klassen mit dem iPad. Dadurch können wir die Kur ein bisschen mehr interessant und modern gestalten. Und das hat der Vorteil, dass wir den Schüler beibringen können, wie man am Internet umgeht. Wir legen am LTA ziemlich viel Wert auf eine gute, gesunde Ernährung an. Wir legen noch ganz viel Wert auf den Sport. Dafür haben wir zwei Plätze, wo wir Sport machen können. Ich denke, das ist eine Turnhalle, die alle Schule hat. Aber wir haben auch einen Parkour, den als UN-Schüler aufgerichtet. Und auch das Publik kann trainieren. Zusätzlich zu dem Sport. Und gucken wir auch darauf, dass das an der Kantin etwas gut aus dem Tisch kommt. Und dafür schaffen wir das Gärtner-Sächsion zusammen mit der Kantin. Und sie beliefern sie all das mit frischem Obster gemäß. Mein Name ist Jan Birkel. Ich bin hier im Spurs als Edukatris Gradu hergestellt. Und ich fand es ganz flott hier bei uns im Spurs, dass es in einem Haus ist. Und erstens kommen wir ins Büro hin. Und drüben. Dann gehen wir nach dem Klassensaal von der Mosaik. Das ist alles so lange im Haus. Wir profitieren auch viel davon, für die Schüler ganz flott hinzukommen. Weil das ist ein bisschen ein Paar. Das ist gesagt. Ich habe es nicht nur Zeit für ihnen, wo sie hingehen. Am zweiten Zimmer haben wir einen Abendhalsraum dabei, wo sie einfach so herkommen. Ich kann ihnen mit den Schülern Aktivitäten machen. Mit uns kann ihnen zusammen kochen. Zu den ganzen anderen Menschen, wie wenn sie das Büro haben. Und ganz nebenbei, kann ihnen dann eventuell über Probleme schätzen. determination machen, Also. ich höre, Esann. Muss Woyu flushen es sich nicht im Einsatz. Yetern im Zusammenhang mit Yourself ist, dass du denarten inflictilern muss. mit dieser� Vorteil zu ihm, auch mit einerczymald compris zu werden.